Zahnmedizin heute Heute Diese beiden erwartete eine etwas andere Behandlung in einer etwas anderen Praxis. Erstmal entspannen. Und das mit dem Apfel kriegen wir auch noch hin. Das eigene Labor bietet die Möglichkeit, auch Behandlungen mit komplizierter Zahntechnik in maximal drei bis vier Tagen durchzuführen. Entschuldigung, hier gibt Dr. Gönnewig gerade ein Seminar in Implantologie für junge Kollegen. Modernster Computertechnik werden hier aus Keramikblöcken metallfreie Kronen gefräst. Nach Abdrucknahme und 3D-Auswertung hilft uns die robotergesteuerte Fräse entscheidend weiter. Genauigkeit? Eintausendstel Millimeter. Bei unserem männlichen Patienten konnten wir auf die zunächst gewünschte Vollnarkose verzichten, weil er keine Angst mehr hatte. Er freut sich auf seinen ersten Apfel. Größere Probleme hatte unsere Patientin zwar nicht, aber sie wollte hellere Zähne haben. Die Patientin überlegt noch, ob sie bei ihrer nächsten Kreuzfahrt ihre Zähne auf einem TUI-Schiff bleatschen lässt. Denn dort haben wir mit der Klinik im Zentrum eine Zahnstation. Bei unseren Patienten brauchten wir es nicht, aber wenn nötig behandeln wir in unserer Partnerklinik auch unter Vollnarkose. Nach drei Tagen Aufenthalt in der praxiseigenen Suite und das auch noch kostenlos, will das Ehepaar gar nicht wieder nach Hause. Und das mit dem Apfel, das klappt jetzt auch. Das ist einiger Glückwunsch. Und das mit dem Apfel, das ist einiger Glückwunsch. Und das mit dem Apfel, das ist einiger Glückwunsch. Vielen Dank.